Willkommen zurück! Und los geht's! Let's go! Das sag ich doch. Das war ich nicht. Da hätte ich irgendjemand anderes gepfiffen im Spiel. Vielleicht der J.C. dann, über die gute Aussicht. Wir drücken dich in die Batterie-Parte. Wir wissen, dass die NSF hier in Materia durchgeführt wird, hier an einem Punkt. Es scheint ein guter Ort, um zu schauen zu können. Ich habe dich früher früher gesehen. Wir haben sicherlich geholfen. Was macht denn die Katze hier? Katze! Komm auf meine Arme! Na komm! Komm her! Oh, nicht. Ah, der Batterie-Park. Sieht so aus. Ich denke, wir haben ihn ausgerissen. Außer das eine Barrel von Ambrosia. Da gab es kein Zeichen von dem Schiff. Aber es gab doch den Hintereingang. Dadurch kann ich doch bestimmt rein. Nein. Nein. Da waren noch die Kisten, oder? Da vorne? Nein. Das ganze Ort hat gerade ein paar Minuten vorgelegt. Schau. Oh ja. Eine Fließerei. Äh... Waren hier durch die Kisten? Okay. Dann hat sich da wohl in der Zwischenzeit was verändert. Ich habe jetzt auch keinen Weg gesehen. Nach dritten. Wir haben einen Schiff in der Region. Da kommt es so zu sein. Ja. Da komm ich wohl nicht mehr rein. Eeeeee. Häng. Nein. Ich versuch das wert. Ne. Das funktioniert nicht. Schade. Ah. Na gut. Dann wird es wohl bei der U-Bahn irgendwo hinten sein. Wenn du Augenblick aufhören möchtest, würde ich sagen, check den Subway oder die Shantytown. In der U-Bahn oder in den Slums. Hier ist schon wieder Seim. Aber das habe ich letztes Mal mitgenommen. Das weiß ich nicht. Warum liegt es hier? Warum liegt ein Messer nicht mehr da, das ich weggeworfen habe? Ich vermute, dass das nicht derselbe Level ist, sondern eine Kopie davon, in der einiges verändern wird. Wir haben heute gewonnen. Ich erinnere es. Ja, Herr. Du mit der NSF? Ja. Ich habe eine gewisse Verteidigung, wenn du. Nachdem wir die Nordwesten der Secessionen der Nordwesten. Ansonsten. Sie denken, dass sie uns verletzt haben. Wie sie denken, dass sie uns verletzt haben heute Abend. Aber ich schaufe mich, junger Mann. Wir sind die Gottes Army. Und was der Infernal-Dävon kann die Gottes Army stoppen? Du schaust dich selbst. Ich habe zwei 30-06-Clips gefunden. Jetzt all ich brauche, ist ein Fakt. Und dann ist es mir und Satan. Ja, Satan. Ah. Ein letzter Blick in die Dävon's rösen Augen. Es klingt, wie du in der Nordwesten Krieg bist. Aber vielleicht sollte man einen Soldaten aus der jüngeren Generation die Klippen aus deiner Hand nehmen. Was willst du für ihn? Hä? Du meinst Geld? Wolltest du ihn kaufen? Na ja. Ich glaube, ich würde ca. 300 für jede Frau nehmen. Es gibt hier in den Slums den Hintereingang. Und ich könnte auch direkt vorne rein in die U-Bahn. Aber ich würde mich gerne erstmal hier noch ein bisschen umschauen. Mein Buch. 6653. Aha. In Slums sind Sicherheitssysteme installiert und unten in der U-Bahn geiseln wir noch. Wir sind Sklaven. Bla bla. Bla bla bla. Okay. 6653 wird wohl der Code sein für irgendwo um die Tür. Nehme ich an. Zigaretten? Ne. So ungesund. Whisky? Oder Bier? Ich weiß es nicht, warum du schreiben soll, dass Whisky sei, aber der Typ in der Bar, der Pilot. Ich habe mir gedacht, es wäre ein Bier. Oder er wollte ein Bier und als ich ihm so ein Forti gegeben habe. Dann war er damit zufrieden. Aber wie gesagt, ich glaube, du schreibst, Whisky. Ich könnte mich für saferer Plätze zu campen. Nach all der Kampf heute Nacht. Eh, die Schäden sagten, ich könnte hier sein. Besonders, ich bin nicht campen. Ich bin mit den Mole-People. Warum das Name Mole-People? Sie nennen uns das, weil wir auf dem Boden leben. Ja. Wie sie sind ein Kind von Superiore-Being oder so. Weil sie mehr Geld haben als wir. Vielleicht sollten Sie mit deinen Leuten joinen. Anywhere im Untergrund wäre sicherer als Batterie Park. Die Moles brauchen jemanden von der Oberfläche. Besonders, es ist ziemlich quiet. Ich würde lieber hier sein, als die NSF trompen mit Maschine-Gunnen. Die NSF sind mit den Mole-People geschehen? Ja, sie haben nicht jemanden gehört. Wir glauben, dass es gut ist. Ich muss die NSF kontaktieren. Ich glaube, du kannst mir erzählen, wie die Moles finden? Ja. Ja. Du kannst mir die Passage geben, damit ich weiß, dass sie dir vertrauen können. Underworld. Underworld. Als lange sie sich entschieden haben, dass sie dir accessieren können. Geh in die Telefonkarte in der Subway Station. Die Code ist M-O-L-E. Das ist 6653. Das ist 6653. Danke. Wenn du nach der Brooklyn Bridge Station bist, spreche mit Charlie. Er wird dich in die Tunnel, wo wir leben. Charlie. Ich glaube, das ist wahr? Charlie ist der Lieutenant Mayor. Keine Angst. Wir brauchen Charlie. Da ist noch einer. Hier gibt es aber nichts. Und hier, genau, hier ist der Hintereingang. Ich will auf diesmal... ...vorne rum reingehen. Und wer weiß, ob hier eigentlich irgendwelche Leute sind. Deswegen ziehe ich schon mal die Waffe. Kann ich jetzt eigentlich mit der Autobahn wieder nach New York fahren? Ah... Wahrscheinlich nicht. Ich habe meine Kiste im Niedrich. Ist auch weg. Nein. Das funktioniert nicht. Na, was bist du denn bei? Ach, das ist der Informant vom Black Dog. Keine Angst, Mann. Ich habe bezahlt. Das ist was wichtig. Ein realer Patriot. Ich sehe es so. Es ist alles aus. Jedakos sind nur so viele Schädenfreaks als die Militie. Und wenn jeder es rauskriegt, ist gut. So lange, als Niederland gewinnt und das ganze Land übernimmt. Das Ziel von UNATCO ist nicht Konquest. Es ist die Sicherheit der normalen Menschen, wie du selbst. Ich kenne einen Armee, wenn ich einen sehe. Schau, ich werde blut. Hast du noch Geld? Es ist eine secretische Passage hinter dem Telefonkopf. Für 500 Euro? Ich erzähle dir, wo ich den Kode bekomme. Ich habe bereits den Kode zum Telefonkopf bekommen. Aber danke. Interessant. Das ist dann also wohl der Weg nach unten. Gibt es hier in der Ecke noch was? Sieht nicht so aus, ne? Kann ich nicht hochheben. Na. Aber gut. Äh. 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 Sechs fünf fünf drei. Muss ich jetzt draußen drin bleiben? Ah. Achso. Was ist ein Aufzug? Äh. Schnell rein. Nein. Wieder her. Ja. Man hat es ja nicht so tief geklappt. Das heißt, ich könnte jetzt, ähm... ... ... ... ... ... ... von außen keinen Verdacht zu erwecken. ... 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